Hallo und herzlich willkommen bei Binibooks. Ich habe diesen Papierflieger gebastelt. So sieht er aus. Mit an Bord kleine Häschen. Gemacht habe ich den ganz einfach aus einem Papierflieger, wie ihr das vielleicht aus Kinderzeiten kennt, den man ganz normal faltet und habe das mit Designpapier verkleidet. Benutzt habe ich für den Flieger diesen Block vom Actionmarkt. Diesen Block, da benötigt ihr jeweils das dickere Papier, das dickere weiße und das dickere schwarze Papier. Zum dekorieren diesen Lux Paper Block. Für die Räder braucht ihr noch Strohhalme. Dann habe ich noch diese Holzteile. Die gab es zu Weihnachten im Actionmarkt. Daraus habe ich die Räder gemacht. Und dieses Band benötigt ihr noch. Ja und wenn ihr sehen möchtet, wie ich diesen Flieger gemacht habe, dann schaut euch doch mein Video an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.